Und nun, sobald mich ruft ein Weib, bin ich zu allem bereit. Ein Weib? Hat er etwa mich gemeint? Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Shadow. Und dann sag ich jetzt Küsschen und Mädels Küsschen. Der hat echt ne Macke. Rookie schließt sich an. Yeah, wir haben noch nen Zauber gekriegt. Auf zum Manasamen. Jo, hier ist ein Manasamen. Kraft des Samens erhalten. Hey, Sarah. Aua. Mein Kopf. Alles okay? Oh, ich kann... Du kannst... Was? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Korbautsiedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schreie ich ganz laut. Eins, zwei... Okay, okay, okay. Später. Okay, jetzt haben wir also nen zweiten... Wieso lande ich in diesem Menü immer? Erstmal da weg, so. Jetzt können wir, äh... Also die Axt auf zwei Leveln. Und... Ich mach mal Befinden. Ich glaub, ist einfach... Und... Da wir jetzt nen zweiten Samen haben... Können wir auch noch, äh... Froster auf Level 2 machen. Und den hier auch auf Level 2. OMG. Kehr, Mensch. Wo lande ich heute eigentlich überall? Also das Level nimmt heute kein Ende. Das seh ich schon. Aber nein, ich... Jetzt level ich erstmal nicht wieder. Jetzt geh ich erst... Da, ähm... Zu den Ruinen nach Hagen. Das... Haben wir ja gesagt. Dass wir das jetzt machen. So. Und dann zum Vierjahreszeitenwald? Okay. Ähm... Jetzt muss ich erstmal den Waffen wechseln. Na, was? Jawohl. Und... Opsa. Na, komm, ich bald erstmal die Quatsch. Bis jetzt sind sowieso keine Geschlechter. Jetzt lassen wir es so offen. Sowieso nicht da. Und weiter. Und hier raus. Und wir sind schon wieder im Zwergendorf. Kommt, Shadow. Nicht trödeln. Immer weiter gehen. So. Einmal hier. Einmal speichern. Alles wieder auffüllen. Nachkostet 15 GM. Ja. Immer gerne. Und ratzen. Ratz, 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 ratz. Jawohl. Okay. Und Spielschall speichern. Aber sicher doch. So. Dann gehen wir jetzt noch zur Schmiede. Da ist sowieso der Ausgang. Hallo, Meister. Bitte, welche Waffe soll erneuert werden? Ganz einfach. Die Axt. Ja. Dankeschön. So. Sera hat die Axt direkt sogar ausgerüstet. Das heißt, sie kann direkt automatisch mitleveln. Ich behalte erstmal die falsche. Ist auch ganz nett. Oder? Nee, ich nixle doch. Ach, ich war doch bei den Waffen. Hm. Der Wärterschwert. So. Dann gehen wir jetzt nach Pandoria. Gucken wir mal, wann ich einen schnelleren Weg nach Pandoria finde. Shadow. Ich weiß, dass du baden willst. Aber jetzt ist nicht der richtige Moment dazu. Gerade wolltest du baden. Und jetzt nicht mehr. Jetzt komm. Mach keine Faxen, Shadow. So. Die Vampir-Tolpen sind mittlerweile kein Problem mehr. Mal gucken. Vielleicht gibt's einen schnelleren Weg nach Pandoria. Da gibt's doch diese Kanonis. Oh, Dorn, wer es weiß. Da gibt's doch diese Kanoni-Brüder. Die mit der einen schönen Frau verheiratet sind. Ah. So, weg damit. Und ich weiß... Da waren wir ja kurz. Ihr lebt ja noch. Äh... Ja. Ja. Da ist er. Eine Flugreise für 50 GM. Okay. Aber nach Pandoria, bitte. In Pandoria haben sie... Alle einen Dachschaden. Auf in die Kanone. Einen Dachschaden? Dankeschön. Äh, das ist wirklich ne Kanone. Hallo? Was ist das denn für ein Reisemittel? Hä? Der hat die Lundern gezündet. Hat der uns gerade weggeschossen? Wow, 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 wow. W. T. F. Autsch. Das gibt ne... Oh, 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 oh. Oh, das gab ne Bruchlandung. Äh, ja, wir sind ein Pandoria. Dann lasst uns in die Ruinen gehen. Wir waren hier unten. So. Hallöchen. Ach, komm, gehen wir aus der Seite. Die haben uns nicht durchgelassen. Schweigen. Schweigen. Ja. Shadow, willst du vielleicht mal mit denen reden? Schweigen. Schweigen. Die lasst uns auf jeden Fall nicht rein. Dann... Ja, dann gehen wir halt wieder. Wenn die uns nicht durchlassen... Da wir gerade mal hier sind, können wir ja mit dem König sprechen. Vielleicht... Vielleicht... ...hilft er uns ja... ...irgendwie weiter. Und wenn nicht, gehe ich in die vier Jahreszeiten bald. Aber dann level ich vorher. Wer weiß, was mich in diesen Jahreszeiten bald er... ...erwartet. Ja, ich weiß, mein Englisch ist schlecht. Einfach kein Kommentar geben. Aber dann... ...lösser von... ...es kleines Kind, geht endlich aus. Oh, mein Gott, doch, 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 doch. Heul. Ah, Gott sei Dank. Wofür kann man rennen? Hallo, König. Oh je, mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert das mir? Ich bin so frustriert. Ich muss in mein Bett. Lasst mich allein. Äh, geht der gerade wirklich ins Bett? Was soll? Nächster. Nächster. Dieser Schlafzimmer des Königs. König Gustav hat noch nie zuvor so traurig ausgesehen, wie ein Häufchen Elend. Hi, Königin. Meine Güte. Was soll die ganze Aufregung? Weiß nicht. Hi, König. Oh je, oh je, oh je, mi. Ausgleich nicht. Jetzt greift uns das Imperium an. Wie ungünstig. Der Inhalt dieser Kammer gehört den Helden aus der Prophezeiung. Ja, okay. Also der König jammert immer noch rum. Und ich weiß nicht, was du hast eigentlich. Wir waren gerade bei den Ruinen. Und Hagen ist da drin. Wieso hast du da nichts was gemacht? Ach egal. Und hier ist auch niemand drin. Na, dann gehen wir halt wieder. Wenn es niemand haben will. Ey, nein, Soldat. Nein. Oh, nee, 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 nee. Geh da weg, Soldat. Geh doch. Und raus hier. Das Rennen ist cool. Aber nur, wenn es nicht unterbrochen wird. Jetzt gehen wir doch nochmal in den Ruin rein. So. Hallo. Sera, möchtest du nicht mal zaubern? Möchtest du der vielleicht zaubern? Shadow möchtest du vielleicht zaubern? Aber das ist meist nur für uns. Okay. Was hat es denn der zu bieten? Steinklinge. Turboantrieb. Schutz Aura. Okay. Ich möchte wieder raus aus dem Menü. Danke. Okay. Also in den Ruinen gibt es Charme nix. Erstmal nicht. Okay. Ah ja, wo geht es denn dann hin? Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Ich würde sagen, ich mache mich schlau. Übernacht hier erstmal Speicher. Das sieht aus. So, und alle wieder fit. Speichern. Spiele schon speichern. Ja. Da ich momentan nicht weiß, wie es weitergeht. Bis auf 5 zu diesen 4 Jahreszeiten bald. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo der ist. Schon wieder ein Rätsel. Gucke ich erstmal, was ich machen muss. Was ich machen kann. In der Zeit kann ich ja leveln. Ich melde mich dann wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Bis später dann. Euer Playboy Strike.